Liebe Bonnerinnen, liebe Bonner, die Bilder, die uns aus Ahrweiler erreichen, sind dramatisch. Viele Menschen haben ihr komplettes Hab und Gut verloren, viele haben ihr Haus verloren, viele wissen gar nicht wohin. Wir wollen helfen und ich bitte Sie sehr herzlich zu helfen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Menschen eine Unterkunft anzubieten, dann kontaktieren Sie uns entweder per E-Mail ahrweiler.bonn.de oder telefonisch 0228 77 1000. Wir stellen den Kontakt her zu Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Bitte helfen Sie in dieser dramatischen Situation. Ganz herzlichen Dank.